Aho in Finnland, viermal gestallt, ein sechster Rang, der beste Fille, nach wie vor. Ja, das stellt ihr hier wieder unter Beweis. 131 Meter, 131 Meters. Und damit hat er das Ticket gelöst, Jochen. Absolut. Rang 18, für den Finnen. Nummer 60, Utah, Watase, Japan. Alle zehn Wettbewerbe mitgenommen. Bestes Ergebnis, Rang 7. Er ist unterwegs. Er wird auf den 11. Morgen bescheuert.